So hallo ihr lieben Weihnachtsengel und weiter geht es jetzt mit deiner weiteren Aufnahme Let's Play together Minecraft mit Marvin und Killer434 Hallo Ich will es sein, bin ich zu schnell, aber das soll nicht irritierend sein. Sagt doch alle mal Hallo Hallo, guten Tag Marvin, bitte stell mal dein Mikrofon lauter, du bist ein bisschen leiser Was? Lauter oder leiser? Lauter Okay Es war so! Ja verdammt Und da unten schaut mich schon so ein Skelett an, das will unbedingt gefressen werden Gefressen? Au, das tut mir weh Alter, ich glaub da trollt mich wieder einer auf Facebook, weil der weiß, ich mach ne Aufnahme Yay, ein sehr guter Aufnahmebeginn Scheiße! 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 Einer Teil per Herz nur noch Ja, mit mir siehts gerade auch nicht besser aus. Marvin, was machst du eigentlich gerade? Ah, komm Schwein Ey, ich wreck gleich hier Da unten ist auch Oh mein Gott, da ist auch nur ein Skelett Ich renne erstmal ne Runde Oh, ich bin hier im Mien-Schacht Toll Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Ein Zombie Was für ein schönes Erlebnis Oh Gott, mich spammt gerade einer auf Felsen Das ist total grausam Ja, stimmt doch nicht Ist es tot Ich glaub ich irgendwie so an, als wärst du nicht da So, ich bin aber hier Ja, mach doch mal der Mikrofon lauter Und der Sprecher einfach lauter Okay Brauchen wir ähm, Schienen? Schienen? Ja Wenn du einen Hauptbahnhof fahren willst, meinetwegen aber Äh, Hauptbahnhof habe ich keinen Bock zu bauen Um ehrlich zu sein So Wenn ich ne Teleportfunktion hätte im richtigen Leben Dann würde ich mich jetzt zu nem Freund teleportieren Und dem so richtig ne Schelle geben Dass dem so richtig der Kiefer aus der Haut rauskommt Alter Es bleibt mir gerade Facebook vor Jetzt muss ich echt mal eben die Aufnahme beenden Hallo und herzlich willkommen und weiter geht es jetzt nach dieser Diesem kleinen Ausfall nachdem ich einen Mongo ausschließen musste Also nicht aus der, aus dem LCT, sondern von Facebook Ja, das war ziemlich hart für mich So geht's weiter nach meinem kleinen Durchfall Ja, Marvin Oh Mann, war der schlecht Oh Mann, der war wirklich so graus Der war so schlecht wie ein Sven Witz Sö, der Sven Der reißt doch immer wirklich die aller dummsten Witze Wirklich die sind so behindert Mustafa, Muster Vater sein verstehst Mustafa, Muster, Vater sein Muster, Muster, Vater sein Muster, Muster, Vater sein Ähm, okay, ich komme hier gerade nicht wirklich voran, weil ich 30 Grad... Oh mein Gott, hier ist ja das reinste Lava-Bad Oh mein Gott, nein Also ich bin ja schon bei 30 Holz Das ist ein echter Schenkelklopfer, verstehst du? Man nimmt sich so ein mäckiges Hühnchenschenkel und haut ihn sich über den Schenkel Hey Schenkelklopfer Ja Haha Der ist so flach Oder der... gestern oder vorgestern kam der an, ne? Der so... ja, kennt ihr schon das Gegenteil von Hellsinki? Dunkelsinki Hehe Y Und hier wird mir Campus 등 oder herr Da gibt es ja auch und dann muss und wird Nächster Flach der Kanonien nicht weiter aber er hat Prozent die Magen Schäfer mit dem Mikrolautern sprichst es nicht ich bin nur schuldig die Sprechstück die Sprechstück machen Prozent der Planung der Angriffe und der Prozent wir haben noch sechs trockenbrötchen in der kiste ja das habe ich gerade geholt ja und übrigens ich bin mit dem weg das macht speck die kraft genau so ist es text vor allem aber nur wirsten wo ich brauche also ich bin mir gegründet der gefahr dass ich hier aber einfach nicht abenteuer machen wie behindert ich er da kann ich gleich mal mitkommt ne wirst du nicht da auch nicht okay hier ist ein rohes hühnchen und vier ich mache ich meinen echten schenkelklopfer schenkelklopfer so ein schreiner jetzt ist er jetzt ist ja jetzt ist er schon und als als er es bringt doch mal nichts okay dann mache ich mit dem wohl gleich noch den Weg unter die Erde ich bin Prozent abholzt die hoch und 6 Prozent und das ist richtig auch und das und das und das und das und das und Kohle und das reicht auch hält wo er halt auch fast runtergefallen etwas ist noch ein paar Jahre Ah, nein, 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 ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Ja, das freut mich für dich, aber du musst uns doch nicht so hinbekommen. Hä? Was ist der Hölle? Und ich bin wieder massaktiv. Und wo ist mein Eis? Ach, ich hatte nur 6, ja, ja, ich bin auch dumm. Ähm. Dazu sag ich nichts. Ey, dann mach ich mir mal mein Diamantschwert und ich war Diamanten. Nein, die Diamanten hab ich gefunden. Ja, das ist egal. Es wird brüderlich geteilt. Er hat brüderlich geteilt. Vielleicht auch mal was, brüderlich und zwar dein Schild. Oh, oh Gott. Oh, es wird gerade Nacht und sich mal ein leckerartes Brot-Schnitzel. Ah, gut, Noah, Alter. Oh nein. Scheiße. Kannst mal einer eine Spitzag in das Loch mehr kommen? Was hast du? Ich komm mir hier raus, kann man meine Spitzag in das Loch mehr kommen? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Weiß mich nicht. Du bist jetzt gefangen wie der Mann in 127 Stunden, in diesen... Äh, naja, was soll ich nicht machen. Scheiße, wo ist das Eisen? Ich hab das in die Kiste getan. Oh, Eisen. Wo ist denn hier bitte schon Eisen? Hier oben rechts, hier oben rechts ist Eisenherz. Oh, ich meine doch das richtige Eisen, ich bräuchte man, ich bräuchte mal drei... Ja, das hat Machen geklaut. Ich bräuchte mal eine Axt. Ich bräuchte mal eine Axt. Ich bräuchte mal eine Axt. Ja, äh, ich hab keine Eisen-Axt. Ähm... Ja, hier ist zum Glück für das Erste, das sah jetzt ein bisschen aus wie Gravel. Okay, es wird Nacht, es wird ganz Nacht, deswegen verzieh ich mich jetzt mal in die Höhle. Das välchleifte ich jetzt auch darum. Ja, ich hab Angst im Dunkeln. Verstehst du? Angst im Dunkeln! We were on the podcast. K nos